herzlich willkommen schön dass wir alle hier sind dies ist eine kurze ankündigung unter ein vorwort wenn man so will für die jetzt startende reihe zu einem thema auf meinem kanal und zwar wie ihr schon einblendet seht geht es um die oera linda handschriften ich habe das ja schon mal in vorigen videos angekündigt und ja jetzt habe ich schon sechs sieben acht videos vor produziert und bin aber noch lange nicht fertig zu diesem thema mit diesem thema aber die serie werde ich jetzt mal endlich starten wer noch nie davon gehört hat der kann ja mal bei wikipedia den begriff ura linda chronik eingeben da wirst du einen sehr kurzen artikel finden in dem geschrieben steht dass es eine literarische fälschung ist die mitte des 19 jahrhunderts veröffentlicht wurde und die quasi als parodie oder als witz gedacht war als parodie auf die bibel genauer gesagt ja und das eben schon mehrfach bewiesen wurde dass es eine fälschung ist und das spätestens 2004 der herrkaufel jens mal zweifelsfrei geklärt hätte dass es eine fälschung ist nun der artikel ist wie gesagt sehr kurz und geht mit keinem wort auf den inhalt näher ein und es gibt sehr wohl argumente die dafür sprechen dass die schriften echt sind denn in den schriften werden historische ereignisse beschrieben die einen fälscher in der mitte des 19 jahrhunderts nicht wissen konnte und die sich erst jahre jahre später durch archäologische funde und andere erkenntnisse durchgesetzt haben und soviel eben zu dem thema das wurde mir ende letzten jahres angetragen vielen herzlichen dank nochmal an den oder die ich weiß gar nicht mehr genau wer es war und an welcher stelle aber ich hatte mir dann eben dieses buch besorgt die oera linder handschriften die frühgeschichte europas das ist schon recht umfangreich die hälfte des buches geht dreht sich um die beweisführung zur echtheit und die andere hälfte ist dann die übersetzung der eigentlichen blätter ja der hamenkens lebt leider nicht mehr aber ich habe kontakt zum lyö verlag aufgenommen und die erlaubnis bekommen diese inhalte hier euch näher zu bringen und ich habe aber zusätzlich dazu also die erste hälfte schon eingelesen und bebildert und die eigentlichen texte werden auch noch folgen aber ich habe zusätzlich dazu auch noch andere videos zum thema gefunden und auch jetzt kontakt zu dem jan ott aufgenommen der betreibt den youtube kanal mit dem namen oera linder und der ist schon seit vielen jahren sehr tief in dem thema drin ich finde seine videos haben viel zu wenig aufrufe viel zu wenig beachtung aber das thema das buch ist auch nicht besonders bekannt den kanal empfehle ich euch oera linder und des weiteren empfehle ich den kanal ascha logos der hat jetzt auch schon den dritten teil veröffentlicht zu diesem thema wobei es nicht ausschließlich um oera linder handschriften geht sondern um grundsätzliche fragen zur frühgeschichte sehr interessant sehr gut sehr hochwertig optisch und akustisch gemacht ja dass diese beiden kanäle empfehle ich mal an dieser stelle und ich will noch kurz erwähnen dass die beschäftigung mit diesem thema mich auch auf eine reise geschickt hat nämlich das kennenlernen meiner eigenen unkenntnis und ja es gibt noch viel zu lernen und ich habe wie gesagt neben diesem buch auch andere videos gemacht also ich habe sowohl die fälschungsthese vom herrn goffel jens mal übersetzt und eingesprochen damit man mehrere seiten sichtweisen sehen kann und eben zusammen mit dem jan ott gemeinsam eine neue überarbeitete version von zwei in seiner videos gemacht und da wird auch noch mehr kommen und die videos vom kanal ascha logos sind auch sehr sehenswert sobald ich von dem ersten teil die möglichkeit habe ein transkript zu machen das geht leider moment nicht bei dem video ich muss ihn da mal anschreiben werde ich mich da wohl auch dran machen aber es natürlich sehr viel arbeit weiteren details zu diesen fragen zur entstehungs geschichte zur echtheit und was inhaltlich da enthalten ist die werden dann in den folgenden videos behandelt was wollte ich noch mit sagen ja die videos sind natürlich nicht monetarisiert bei dem video ich habe noch eins von robert sepa synchronisiert der sich auch damit beschäftigt hat da ist eine szene aus einem anderen video drin und deswegen fremd monetarisiert da kann es also passieren dass werbung kommt und generell noch zum thema werbung ich habe ja immer noch einige ältere videos die noch monetarisiert sind aber wer glaubt da würde jetzt viel rumkommen das reicht nicht mal für die kaffeekasse trotzdem beschweren sich bei diesen noch monetarisierten videos öfters oder ab und zu leute und sie sind genervt von der werbung ich schalte dann das habe ich jedes mal gemacht die werbung aus bei video und ich möchte hier nicht rum jammern sondern nur mal sachlich feststellen in den letzten zehn jahren hat mir nicht ein einziges mal jemand geschrieben toll dass bei dir keine wie keine werbung kommt bei den eben werbefreien videos ich habe das ja auch jahrelang gar nicht aktiviert irgendwann schrieb mir jemand mach doch mal die werbung an damit wenigstens ein bisschen was rum kommt dann habe ich euch gefragt und habe viel zustimmung bekommen von wegen ja mach ruhig an und habe das gemacht und dann habe ich aber doch wieder in der folge die videos nicht monetarisiert manchmal lässt sich auch nicht monetarisieren weil ich ein musikstück drin habe das von einem anderen künstler kommt und das ist ja eigentlich auch ein faires modell wenn der künstler da entlohnt wird wenn nicht youtube immer mit verdienen würde aber das ist ein anderes thema ja und wir leben in bewegten zeiten und man könnte sagen was beschäftigst du dich denn damit aber es ist was grundsätzliches es geht um die frühgeschichte europas ich kann ja vielleicht mal einen satz von herrn ottema zitieren das war der erste übersetzer der das 1872 herausgebracht hat der schrieb darüber zitat wir können also annehmen dass wir in diesem manuskript dessen erster teil im sechsten jahrhundert vor unserer zeitrechnung verfasst wurde die älteste produktion der europäischen literatur nach homer und hesiot besitzen und hier finden wir in unserem vaterlande ein sehr altes volk in besitze von entwicklung zivilisation industrie schifffahrt handel literatur und reinen erhabenen ideen der religion deren existenz wir nie auch nur vermutet hätten ja offiziell gilt es als fälschung aber die fälschungsthese ist auch meines erachtens nicht wirklich bewiesen sondern enthält genauso vermutungen wie gesagt man sollte sich mal beide seiten anschauen und wikipedia verschweigt die argumente die für die echtheit sprechen zur neutralität von wikipedia kann sich jeder seine eigenen gedanken machen es war schon kurz nach veröffentlichung damals umstritten und schon wenige jahre danach war es so dass jeder wissenschaftler der noch einen guten ruf zu verlieren hatte sich nicht gewagt hat diese schriften als echt anzusehen oder auch nur das in betracht zu ziehen und ja deswegen weil es eben um unsere frühgeschichte geht und ein ganz anderes bild gezeichnet wird im gegensatz zur offiziellen geschichtsschreibung deswegen möchte ich euch das präsentieren und ich finde es erzählenswert und ich danke euch für eure aufmerksamkeit im voraus noch eins es gibt inhaltliche überschneidungen das liegt einfach an der entstehungsgeschichte von diesem buch und ähm das bitte ich zu entschuldigen aber es kann ja auch nicht schaden wenn man manche sachen mehrfach äh mitbekommt danke für eure aufmerksamkeit und viel vergnügen dabei in den nächsten tagen ich bin mir noch nicht ganz sicher über die reihenfolge werde ich mit der veröffentlichung dieser videoreihe beginnen in den